Hallo, ich bin Carsten Holtgräwe und heute möchten wir das Projekt Behrensen vorstellen. Hier haben wir die Aufenthaltsbereiche für die Mitarbeiter neu gestaltet. Der Aufenthaltsraum der Mitarbeiter sollte neu gestaltet werden. Die Idee war, den Raum als Treffpunkt in drei Bereiche zu unterteilen. Jetzt können die Mitarbeiter nach individuellen Bedürfnissen, Stimmung und Tätigkeiten den Raum nutzen. Der erste Bereich ist die Launch Area. Hier können fokussierte Gespräche stattfinden oder auch ein zwangloses Meeting. In der Arena können mehrere Mitarbeiter durch die verschiedenen Sitzhöhen kreativ zusammenarbeiten oder kurze Brainstormings durchführen. Die Möbelfarben wurden auf das Corporate Design der Firma Behrensen angepasst. In der Living Room Area haben wir eine weitere Möglichkeit, entspannt zu arbeiten, kurz die Mails zu checken, einen Kaffee zu trinken oder ein Mio Mio Mate aus dem Hause Behrensen. Die Living Room Area wurde mit flexiblen Möbeln ausgestattet, damit der Bereich auch für Schulungen oder Präsentationen genutzt werden kann. In Zusammenarbeit mit unseren Innenarchitekten wurde das Projekt visualisiert und schlussendlich auch abgeschlossen. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Firma Behrensen für die kreative Zusammenarbeit bedanken und wünschen allen Mitarbeitern viel Spaß in den neu gestalteten Räumen.